Michael Tarnath, auch Tanne genannt, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Tarnath begann 1979 in seinem Geburtsort Hildern in der Fußballabteilung des ortsansässigen SV Hildernort mit dem Fußballspielen. Zur Saison 1990-91 wurde er 19-jährig vom Zweitligisten MSV Duisburg verpflichtet. Für den er in seiner ersten Profisaison 33 von 38 Ligaspielen bestritt und vier Tore erzielte. Sein Debüt am 7. August 1990 beim 2-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück krönte er sogleich mit seinem ersten Tor. Dem Treffer zum Entstand in der 84. Minute, sieben Minuten nach der Einwechslung für Dirk Bremser. In vier Spielzeiten stieg er mit dem Verein zweimal in die Bundesliga auf und zweimal ab. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 2. August 1991 beim 1-0-Sieg im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 27. August 1993 beim 1-1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den VfB Leipzig mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1-0 in der 26. Minute. Zur Saison 1994-95 wechselte er zum Karlsruher SC, für den er in drei Spielzeiten 81 Bundesligaspiele bestritt und sieben Tore erzielte. Zur Saison 1997-98 wurde er vom Ligakonkurrenten FC Bayern München als unauffällige Ergänzung zum Starrensemble verpflichtet. In sechs Spielzeiten gewann er mit den Bayern 13 Titel. In dieser Zeit bestritt er 1999 auch zwei äußerst denkwürdige Spiele für den FC Bayern München. Am 26. Mai gehörte er zu jener Mannschaft, die das Champions-League-Finale gegen Manchester United noch in der Nachspielzeit mit 1-2 verlor und am 18. September zu jener Mannschaft, für die er den 2-1-Sieg im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt mit einer beachtenswerten Parade in der Schlussphase festhielt. Ab der 62. Minute hütete er das Tor für den verletzten Torhüter Bernd Dreherr, der zuvor den durch den eigenen Verteidiger Samuel Kofur verletzten Stammtorhüter Oliver Kahn ersetzte. Zur Saison 2003-04 wechselte er zum englischen Erstligisten Manchester City, den er nach 32 von 38 Ligaspielen wieder verließ und zum Bundesligisten Hannover 96 wechselte. Obwohl Tarnat ursprünglich seine Karriere nach der Saison 2006-07 beenden wollte, verlängerte er in der Winterpause der Saison seinen auslaufenden Vertrag zunächst um ein Jahr und im Dezember 2007 nochmals bis zum Ende der Saison 2008-09, nachdem ihm nur wenige Stunden vor dem letzten Heimspiel der Saison am 16. Mai 2009 gegen den VfL Wolfsburg mitgeteilt wurde, dass der Verein seinen auslaufenden Vertrag nicht zu erneuern plane, verweigerte Tarnat nach seiner frühzeitigen Auswechslung in der 58. Minute den Handschlag mit Trainer Dieter Hecking, dessen Verhalten Tarnat als unwürdig und respektlos bezeichnete. Eine weitere Zusammenarbeit mit Hannover 96 lehnte Tarnat infolge dieser Vorgänge in einem Gespräch mit Vereinspräsident Martin Kind ab. Stattdessen beendete er seine aktive Spielerkarriere zum Ende der Saison und ging zurück nach München. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte er zwischen 1996 und 1998 19 Länderspiele. Am 9. Oktober 1996 debütierte er in Jerevan im WM-Qualifikationsspiel der Gruppe 9 beim 5-1-Sieg gegen die Auswahl Armeniens, als er in der 75. Minute für Thomas Hessler eingewechselt wurde. 1998 nahm er mit der A-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich teil und bestritt vier Turnierspiele. Im zweiten Gruppenspiel am 21. Juni 1998 in Lenz beim 2-2-Unentschieden gegen die Auswahlmannschaft Jugoslawiens führte sein Distanzschuss. Von Mihailovic zum Eigentor abgefälscht zum 1-2-Anschlusstreffer. Sein letztes Länderspiel absolvierte er am 14. Oktober 1998 in Kesinau beim 3-1-Sieg im IM-Qualifikationsspiel gegen die Auswahl Moldawins. Mit seiner Rückkehr zum FC Bayern München wurde Tarnath ab August 2009 Jugendscout. Ab Juli 2010 fungierte er als sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung des Vereins. Zur Saison 2015-16. wurde Heiko Vogel sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung. Tarnath war zunächst weiterhin für die Mannschaften ab der U16 abwärts verantwortlich. Schied jedoch im Januar 2016 aus. Erfolge Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1998 Auszeichnungen